Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf das Comfy-Mobiles Klimagerät Brisi-Cool Pro 2.6, ein 3-in-1-Klimagerät, das kühlen, ventilieren und entfeuchten kann. Mit einer Leistung von 9000 BTU und einer Kühlkapazität von 2,6 kW ist es ideal für Räume bis zu 88 m³ oder 33 m². Was dieses Gerät besonders auszeichnet, ist sein innovativer Vierwege-Luft-Einlass, der trotz einer Größenreduktion um über 30% einen um 40% stärkeren Luftstrom bietet. Das bedeutet, dass Sie eine bessere Kühlleistung in einem kompakteren Design erhalten. Ein weiteres Highlight ist die App-Fähigkeit. Sie können das Klimagerät flexibel per App, Sprachsteuerung mit Alexa oder Google Voice Assistant oder der mitgelieferten Fernbedienung steuern. Dank der Follow-Me-Funktion sorgt die Fernbedienung mit Temperatursensor dafür, dass die Raumtemperatur automatisch an ihre Wohlfühltemperatur angepasst wird. Ein umweltfreundliches Feature ist das Kältemittel R290, das kein Ozonabbau-Potenzial und nur ein geringes Treibhaus-Potenzial besitzt. Zudem arbeitet es energiesparend und effizient. Die patentierte Kühltechnologie nutzt das Kondenswasser zur Kühlung des Kompressors, sodass kein zusätzlicher Wassertank benötigt wird. Das sorgt für eine konstante und energieeffiziente Leistung, selbst bei Dauerbetrieb. Lassen Sie uns nun einige Nutzerbewertungen durchgehen. Lex-Memir bewertet das Gerät mit 5 von 5 Sternen und hebt hervor, dass es nach einigen Optimierungen wie der Verwendung von Fensterschleusen und einem Handtuch um den Abluftschlauch wesentlich effizienter arbeitet. Arthur Leudeur gibt 4 von 5 Sternen und lobt die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit, bemängelt jedoch das Arbeitsgeräusch und die Notwendigkeit eines Kondenswasserbehälters. Matthias Mück vergibt ebenfalls 5 Sterne und ist sehr zufrieden mit der Kühlleistung und der einfachen Installation, weist aber darauf hin, dass das Gerät im Betrieb laut ist. Zusammengefasst bietet das Comfy mobiles Klimagerät Breezy Cool Pro 2.6 eine hervorragende Kühlleistung, Benutzerfreundlichkeit und umweltfreundliche Eigenschaften. Es ist ideal für alle, die eine kostengünstige und effektive Klimaanlage suchen. Trotz einiger kleinerer Nachteile wie dem Arbeitsgeräusch und der Notwendigkeit zusätzlicher Ausgaben für Fensterdichtungen und Kondenswasserbehälter überwiegen die Vorteile deutlich. Wenn Sie also auf der Suche nach einer leistungsstarken und kompakten Klimaanlage sind, die sich leicht steuern lässt und umweltfreundlich ist, dann ist dieses Gerät genau das Richtige für Sie. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren und das Produkt zu kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Reviews zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.